Hallo und Willkommen zur nächsten Folge. So. Dankeschön. So, wir gucken jetzt gerade mal unter Charaktere. Ja. Oh nein, ich glaube, es hat sich schon wieder aufgehängt. Oh, nee, doch nicht. Kann es sein, dass das Spiel schon ein bisschen paki ist? Hm. Ich bin so froh, dass Erik hier ist. Thank you. Was willst du denn haben? Tofu. Jo. Ja, kriegst du eine Himbeer. Das war's. Danke. Bitte. Stop. Okay. 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 So, wir brauchen ja Sand, also würde ich sagen gehen wir mal botteln das machen wir mal ab Dankeschön so ah das wird mir nicht mal mehr angezeigt von was ich habe nur gerade irgendwie den Bug, dass wenn ich jetzt auf die Charaktere gehe, dass ich hier nicht auf meine Charaktere scrollen kann oder einsehen kann ein bisschen lästig das ist aber zu wagensam ich will nicht speichern und neu starten so wie sagt er schon bist du jeder kann kommen es ist es 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 gut wir hätten gar nicht nach hause laufen müssen es gab ja auch eine Werkbank bei Gufi Leute, wieso laufe ich immer nach hause aber immerhin dann können wir halt mal kurz die ganzen Sachen hier ablegen Oha, guckt mal ich habe die Pflanzen weggelegt und dann schon die Hälfte von meinem Inventar frei ein paar Muscheln hier rein ein paar Muscheln hier rein Ui, ja das wäre ja bitte Danke schön und Hallöchen, schön, dass du da bist so, die nächste Kartoffel kommt da rein Gold, Blau, Rot ihre Kartoffel da so oh das ist mal ein geiler Lifehack Dankeschön ähm, das leere Fläschchen ist das, was ich noch gemacht habe, ne? Stelle, magische Schriftrolle und Tintensatuer Ah, ich glaube Hä, wieso kann ich das jetzt? Doch, ich kann es herstellen, ne? Oh no, vom Autofahren Oh no Ich brauche noch Hartholze und Eisenbahnen Ich brauche noch Hartholze und Eisenbahnen Was ist denn passiert? Aber du hattest doch Fahrstunden vorher, nicht? Oh Oh Au Sie sind unglaublich Sie entdecken sie erschrocken Ich meine, sieh dich doch mal rum Aber alle unverletzt, oder? Ähm, ich such' Ursula Richtig Das war jetzt einfach nur dummer Zufall Und Regen ist eh doof Fahr'n ja nicht umsonst alle immer beim Regen Als würden sie das erste Mal fahren Hä Hä, wo ist jetzt die Vanessa? Hin Bella kann man in diesem Spiel rennen Komm sofort her Ja, natürlich Komme ich her Und hier hast du dein Warum bist du noch hier? Kusch, kusch Ausgezeichnet Ich kann endlich wieder Verträge abschließen Aus dir ist wirklich ein echter kleiner Gehilfe geworden Jetzt bin ich dran Hier ist dein Geschenk Das sind seltene Fische, die ich gefunden habe Während du auf deinen kleinen Füßen durchs Land gestreift bist Betrachte dies als ein Teil des Vertrags Und komm bald wieder Ich könnte dich wieder gebrauchen Was für eine riesige Überraschung Juhu! So Perfekt Achso, was muss ich jetzt machen? Achso Jetzt müssen wir noch Das war mal das da, oder? Also Lila Großblütiger Bartfaden Gibt's denn die großblütigen Bartfaden? Und Farben Und Farben Katsching Ja Ja Dagobertes Level Ah Wuhu! Level 7 Und ich bin Level 19 Sehr schön Ui Ui Das ist krass Wow Wow Entschuldigt Also das mit dem gesperrt, das wusste ich Aber dass man es jedes Mal neu bezahlt Oha Dankeschön So So Was brauchen wir denn noch da drin? Ähm Ja Dann darfst du zwei Wochen lang nicht fahren Also darfst nicht zur Fahrprüfung antreten, glaube ich So Äpfel Banana Himbeeren haben wir voll So Das ist eine super schöne Einstellung, Klamotte Behalte dir bitte bei Ich mag dein positives Wesen Das ist schön Ja Yay So Genau Die Fische haben wir eh schon So Blumen da rein Blumen hab ich schon da rein So So wartet mal Ich hab grad wieder keine Quest Doch Bis gleich Mhm Mhm Mach ich schon sehr viel Ich weiß jetzt grad nur nicht wo ich den Lila Großblüter Farb Bartfarben herkriege Lila hab ich hier Aber kein Großblütiger Himbeeren auch Und gereinigte Nachtscherben Den Onyx hab ich hier Himbeeren wollte sie doch auch Gereinigte Nachtscherben Bis gleich Haben wir hier gereinigte Nachtscherben So Jetzt haben wir gereinigte Nachtscherben Okay Jetzt müssen wir nur noch herausfinden wo es lilaner großblütiger Bartfarben gibt Ich glaub vielleicht müssen wir dafür ein ein neues Land freischaffen So 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 Genau Dann gehen wir mal hier oben hin So 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 guck mal ach mein wieso zeigt er mir jetzt nicht mal mehr hier an okay Leute wir speichern aber die lila hütte sieht cool aus ist es dann für meine wohnung wenn er wieder da ist fragen wir mal okay so wir speichern das spiel zurück zum hauptbildschirm dann fangen wir auch noch eine neue episode an bis weiter geht's in nächste folge